So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Skate 3. Und ihr seht richtig, da steht T-Mobile Peer Party und die Mission wollen wir ja machen. Und ich sag nur eins, Schleichwerbung. Nein, Skate 1, äh, nee, ab Skate 2 wurde das Spiel irgendwie auch davon gefördert oder so. Da gab es auf jeden Fall einen eigenen Part, glaube ich, so ein T-Mobile Park oder auch so ein Turnier, ich weiß nicht. Auf jeden Fall stand da über T-Mobile Werbung. Ist mir eigentlich auch egal. Gegen Baker, Baker's on a Skateboard Marke. Also eine, die mir bekannt ist. Ah, mein Lieblingsbot hier war ein T-Mobile, die das Ganze hier überhaupt erst ermöglicht haben. In Runde 1 suchen wir den Best Trick auf den Rails, den Stufen, ganz egal wo. Zeigt uns einfach euren Best Trick und ab geht's. Okay, Best Trick. Schleichwerbung. Schleichwerbung. Ja. Achso. Boah, Chiller hat einen guten Trick gemacht, ja? Boah, den hab ich mal umgebailt, krass. Wie sah der Sturz aus? Hammer. Noch mal, noch mal, noch mal, noch mal, ja, der war heftig, der Kombo. Oh, ja, der ist ganz vorne. Ja, okay. Oh, ja, das war's. Alles klar. Box war halt eben. Und mal gucken, wie in der Wiederholung. Heftig. Wenn du dich nicht nur im Spiegel sehen willst, wirst du ein Blick auf die Tabellspitze. Das bist du da oben. Zusammen haben die nicht mal so viele Punkte wie ich, alleine. Lineskaten? So sieht's aus. Oder was? T-Mobile. T-Mobile. Einmal schauen, hier. Überallschleichwerbung. Hey, bist du bereit? Okay, die Uhr läuft. T-Mobile. T-Mobile. T-Party. Jam. Ja, fahr mit. Hauptsache, du fährst mit Maus im Weg, bitte. Boah. T-Mobile. Wahrscheinlich war das wieder der Brownie, mein eigener Teamkamerad. I'm born to lose. Ja, eigentlich born to win. Alter, rechts ist auch so viel geilere Rails. Wow, geil. Hammer, wie sah der aus? Ich dachte schon, das wollte ich eh. Yo, cool. Da, der Trick wird sogar gezeigt. Ha. Geil. Ein lachendes und ein weinendes Auge für dich und dein Team. Du hattest nicht nur diesen fiesen, fiesen Unfall. Ihr habt auch noch gewonnen. Fiesen, fiesen Unfall? Hatte ich diesmal einen Unfall? In Runde 3 erlaubt T-Mobile euch alles. Holt euch die Kohle. Holt euch den Ruhm. Vielen Dank, T-Mobile. Eine dritte Runde. Vielen Dank, T-Mobile. Ja. Was soll ich hier sagen? Schleich. Warum? Hey, ist noch was gleiche? Ach, warum geht der nicht in Yorke manchmal? Das ist kacke. Oh, geile Manual gelandet, Daxxler. Alter, weiter. Oh, war das ein Late? Oh, der war schön. Boah, Chiller, warum so viele Punkte? Ja, ja, ja. Du hast dein Ziel, wir haben Zeit gezeigt. Weiter machen wir mit dir. Zehn Sekunden, pack die Bälle aus. 3-2-1, die Zeit ist um. Ja. Gewonnen, 3-0. Skater-Kum hat gewonnen. 1-2-1, den Sieg. Du hast es geschafft, wirklich. Wir sind hier nassig, das war's. Ich weiß nicht, wohin, aber ich verschwinde. Peace. Und... T-Mobile-Lisieres. Natürlich, guckt euch den Erfolg an. Guckt euch das Symbol an. So ein Schleich. Okay, das ist schon gar nicht mehr Schleichwerbung, das hat sich schon nicht mehr mehr eingeschleicht, sondern... das G-Mobile zahlt dafür wahrscheinlich richtig Kohle. Okay, dann legen wir mal los. Das Publikum ist sicher auch so gespannt wie ich. Und guckt euch an, wo ich jetzt breiten muss. Das ist krank. Hä, warum macht der den nicht? Oh, ich wollte noch einen Handflip reinziehen am Ende. Aber es ist ja zum Glück Best-Rick-Turnier. Habe ich noch alle Chancen der Welt. Oh, verdammt, nicht so. Catching! Okay, der war nicht so schön. Was macht der den da? Warum kann der keine Handflip mehr? Oh, zu spät, du Pfosten-Kill. Egal. Die wollen ihn, oder? Auf jeden Fall war ich der Beste aus meinem Team. Ob wir gewonnen haben? Hoffentlich. 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 Arschis! Manu! Jetzt, wenn im Pool der beste Trick zählt. Soll man hier den besten Trick machen? Hand! Du sagst es. Ein bisschen gefärbt. Ich wette, jetzt machen die noch in letzter Sekunde und machen die es auf Welt. Und das war's. Nein, doch nicht. Aber da ich jetzt die letzte Runde nicht mehr draufkriege, weil ja auf jeden Fall eine Runde eine Minute dauert, verabschiede ich mich und man sieht die Entscheidung dann im nächsten Teil von Skate 3. Tschau! Tschau! Tschau!